BfD. 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 Bundesfreiwilligendienst. Ja, schön. Und was heißt das jetzt? Bundesfreiwilligendienst heißt, sich für das Allgemeinwohl zu engagieren. Ja, schön. Bereich Sport, Tischtennis, kleiner Ball, großer Sport. Und der Alltag? Ausschlafen. Training. Spielbeteuerung. Freizeit. Heißt was? Du bist der Trainer. Du hast die Verantwortung. Du gestaltest das Training. Du förderst Talent. Und was bringt mir das jetzt? Zeit, um über den nächsten Schritt nachzudenken, sich weiterzuentwickeln und erste berufliche Erfahrungen zu sammeln. Und um die eigene Karriere voranzutreiben. Das alles. Und noch viel mehr. Im Bundesfreiwilligendienst. Und noch viel mehr. Im Bundesfreiwilligendienst. Vielen Dank.